Hallo lieber Skorpion, ich möchte für dich in die Karten schauen, für den Dezember, als erstes aus der Energie, der du kommst, in das Hier und Jetzt und dann in die mögliche Zukunft. Zeit ist fließend und das sind kollektive Legungen, kann nicht auf jeden zu treffen. Aus welcher Energie kommt der Skorpion? Worum geht's da? Was ist die Vorgeschichte? Sind mir eigentlich so Fehler. Eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft haben wir da. Eine Partnerschaft muss nicht unbedingt eine Ehe sein, man kann auch mit einer Firma einen Vertrag haben oder Freunde, Familie. Also eine Partnerschaft habe ich da liegen und die Zeit genießen. Und da haben wir die Zehen. Was Neues. In der Vergangenheit. Da ist die Verliebtheit, die Partnerschaft. Aber du bist ja bei dir geblieben, Skorpion. Trotz allem. Also selbstständig, ne? Man hat sich gebunden in der Vergangenheit. Man war verliebt, romantische Gefühle. Und dafür hast du dich auch ganz bewusst entschieden. Alles im Fluss, eine runde Sache und die Zeit genießen. Ja. Ein neuer Lebensabschnitt in der Vergangenheit. Lieber Skorpion. Ja. Ein paar Lebenskarten. Na ja, eine Entscheidung haben wir da. Eine ehrliche Entscheidung und alles sehr, sehr positiv, Skorpion. Ehrlich, Vertrauen, Freunde. Und ein Nein. Unterm Kartendeck habe ich den Fuchs. Also nichts Falsches. In der Vergangenheit. Plus auch geheiratet. Also eine tolle Partnerschaft habe ich da liegen. Mit Flirti, Romantik. Da hat man sich auch bewusst für entschieden. Und man ist vielleicht auch zusammengezogen. Wie gesagt, eine Hochzeit schließe ich da auch nicht aus. Eine gute Entscheidung. Ehrlichkeit und Vertrauen war da. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist das Nein. Können wir einmal das Nein klären? Warum das Nein in der Vergangenheit? Achso. Das kann natürlich auch sein, dass ihr in der Vergangenheit heimlich, still und leise geheiratet habt. Also dass ihr gar nicht oft an die große Glocke gehangen habt. Also so ein bisschen der kleine private Kreis sehe ich da. Also vielleicht sind auch nicht alle Freunde eingeladen worden. Sind Leute vielleicht auch ausgeschlossen worden bei dieser Verbindung. Das ist die Vergangenheit, mein lieber Skorpion. Dann gucken wir mal in das Hier und Jetzt. Das ist ja sehr schön und positiv alles. Was ist dann im Hier und Jetzt für den Skorpion? Für den Skorpion. Aha. Gibt es da noch eine Karte für den Skorpion im Hier und Jetzt? Nein. Gibt es nicht. Können wir da noch was haben? Bitte. Für den Skorpion, bitte. Ausgleich, Balance, Wochenende. Wir haben hier den Ausgleich, die Balance, das Wochenende. Und du gönnst dir dann noch was. Was haben wir dann noch für den Skorpion? Was ist hier und jetzt bitte? Achso. Auszeiten. Okay. Ja, und ein Ja. Ja, mein lieber Skorpion. In der Vergangenheit hast du wahrscheinlich eine sehr glückliche Verbindung. Bist du da eingegangen, ganz bewusst. Du hast da einen neuen Lebensabschnitt begonnen, wie ich schon sagte. Und jetzt im Moment geht es dir gut. Ihr habt euch zurückgezogen. Wochenende habe ich den Ausgleich da liegen. Also Unternehmung. Eine glückliche Zeit. Da gibt es gerade nichts zu rütteln. Und das sieht nach besinnlichen Weihnachten aus bis jetzt. Man hat sich, ja, zurückgezogen. Man ist für sich. Okay. Wie geht es dann in der Zukunft weiter? Ne, das sind mir zu viele. Die mögliche Zukunft aus dieser Geschichte. Wie endet dann der Dezember für die Skorpione? Hier streitet ja nur die Sonne aus den hinteren Sohne. Aha. Offene Gedanken. Okay. Noch irgendwas für den Skorpion? Fassion-Hingabe. Ja. Da habe ich wieder Zweisamkeit. Die Hingabe und Zukunftsplanung auch. Ja, man sieht doch alles ganz super aus. Für den Skorpion auch was irgendwie. Es geht voran. Ja. Also, finanziell baut man auch Stabilität auf. Also, ihr zieht wirklich an einem Strang, du und dein Gegenüber. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, Skorpion. Gibt es noch eine Karte zu? Ja, Ausgleich. Ausgeglichen, glücklich, zufrieden. Da gibt es ja schon gar nichts mehr hinzuzufügen. Das können wir jetzt eigentlich hier auch beenden. Ja. Wünsche. Zukunftspläne. Jo, brauche ich nicht weitermachen. Also, es ist erledigt. Also, Skorpion ist glücklich am Moment. Der lebt in einer glücklichen Partnerschaft. Da ist der Ausgleich, Balance, ein Geben und Nehmen. Auch finanziell tut sich da was in dieser Geschichte, der finanzielle Aufbau. Hier, man plant auch Zukunft. Man hat Wünsche für die Zukunft und die erfüllt man sich auch. Ja. Ein toller Jahresabschluss, Skorpion. Jawohl. 10, 3, 2, 1, 3, 1. Jawohl.